Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe eine Perch Base gebaut. Ich habe ziemlich viel rumexperimentiert und ich glaube, dieser Aufbau hier könnte gut funktionieren. Mir war wichtig, dass es eine relativ kleine Fäche ist, dass es überschaubar ist, dass es sich möglichst selbst verteidigt. Das heißt, wir haben hier eine runde Form. Das könnte man sicher auch in der eckigen Variante bauen. Und wir haben so eine Art Labyrinth. Das heißt, da kommen die Gegner rein, müssen dann hier rumgehen und kommen hier irgendwie dann auf der linken Seite irgendwann hier zu dieser, hier unter mir steht, die Schatzkammer. Auf der linken Seite haben wir Bogenschützen und die schießen ja primär dann in diese Richtung zur rechten Seite rüber, wo die Gegner reinkommen. Und wo die Gegner reinkommen, haben wir Belagerungskessel aufgebaut. Die Kämpfer, also insbesondere natürlich meine Kämpfer, die hier in der Verteidigung stehen, die sind nicht alle ausgelevelt. Dafür sind zu viele gestorben bei meinen Tests. Und diese beiden hier sind voll ausgelevelt. Das ist einmal die Dallinzia. Und eingestellt sind die Kämpfer, die also in den Nahkampf gehen, alle auf Halten, also die Position hier zu halten und angreifen in einem relativ kleinen Radius und auch jagen im kleinen Radius. Ich will also nicht, dass die vor die Tür rennen, hier, also vor das Tor, vor das offene Tor rennen, ja, und dann leider sterben. Und das habe ich jetzt schon getestet. Das hat ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, idealerweise soll sich diese Base eben selber verteidigen. Er hat sich übrigens als hervorragender Kämpfer und, ja, bewiesen bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir werden jetzt hier die, das sind noch so Ersatzmänner, wir werden jetzt hier die Purge der Stufe 7 starten. So, dann schauen wir mal, wo sie sich aufbauen und wie das Ganze läuft. Es ist auch bewusst so gemacht, dass die alle nur Richtung Innenraum, also schießen. Das heißt, wir warten ab, dass die Gegner hier nach hier vorne kommen, hier reinkommen. Ja gut, damit sollten wir überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Insbesondere ist mir auch wichtig, dass wir nach Möglichkeit so wenig wie möglich von unseren Thrills verlieren. Und ich glaube, das geht mit diesem Aufbau hier am besten. Und das Ganze natürlich kombiniert mit den Einstellungen im Kampfverhalten der Thrills, die ich euch eben gezeigt habe. Was ich ganz lustig finde, da habe ich eine Tänzerin hingestellt, die kippt zwischendurch dann immer mal ihren Belagerungskessel aus und dann fängst du wieder an zu tanzen. Das sind doch da Diebe, die da kommen. Ja, aber die sind irgendwie sichtbar, komischerweise. Ah, ich helfe mal ein bisschen mit. Also das mit dem Halten funktioniert meiner Meinung nach am besten. Zumindest wenn du es so gebaut hast, dass die Gegner einfach durch so ein Labyrinth laufen müssen. Dann geht das sehr gut. Und die gehen dann auch relativ schnell, die Kämpfer, also meine Kämpfer gehen dann auch relativ schnell wieder zurück auf ihren Platz. Ja, das sieht man jetzt an ihm hier ganz gut. Das funktioniert prima. Bisher. Und ich kann natürlich jederzeit hier auch unterstützen. Also wenn die dann hier bei meinen Kämpfern ankommen sind, dann sind sie in der Regel schon ziemlich angeschlagen. Und sie werden halt durch das Theer abgebremst, beziehungsweise durch das brennende Theer dann natürlich auch verletzt. Oh, wo läuft er hin? Das war doch ein Beschwörer, ne? Bei den Kampfgolems habe ich selber auch so ein bisschen natürlich mitgeholfen mit den Sternenmetallpfeilen hier. Allerdings immer aufgepasst, dass ich nicht einen Golem erschieße, der eine Bombe trägt. Also die halten sich meistens schon da auf. Und die mit den Explosionsköpfen... Oh, da kommen welche mit Explosionskopf. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da ist... Ah ne, ist niemand gestorben. Das ist gut. Guck mal, der rennt weg. Keine Munition mehr. Okay. Also, ich glaube, das ist so bisher die beste Base, die ich gebaut habe. Haben wir einen Berserker verloren? No longer reached the Koffer? Warum? Warum? Also, ich habe es ja vorher schon gemacht. Da hat es ja geklappt. Hier ist alles in Ordnung. Die haben alle überlebt. Hier oben haben wir einen Verlust. Gut, das war eh ein Ersatzmann. Ja, aber die anderen haben alle überlebt. Also mir ist gerade komplett schleierhaft, warum der abgebrochen hat, weil ich habe es vorher schon getestet, da hat er nicht abgebrochen. Ich werde jetzt reparieren und dann einfach nochmal die nächste Stufe starten, die 8. Die Tür ist raus. Wir haben eben gekämpft, dann hat er wieder abgebrochen. Sie haben sich aufgebaut, das ist ja schon mal was. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn da irgendwann zu viele Leichenteile liegen, dass sie sagen, okay, sie können da nicht mehr drübersteigen oder so oder nicht mehr durchlaufen. Also das wäre für mich so die einzige Erklärung, die mir noch einfällt. Ich habe dann beschlossen, doch mal mitzukämpfen, um so ein bisschen das Ganze hier auseinanderzuziehen, dass da also nicht wieder so ein Riesenberg entsteht. Und ja, auf jeden Fall hat es geholfen diesmal, ja. Also wenn das das Problem war, dass die alle auf einem Haufen lagen. Weil die sich alle an dieser einen Stelle hier vorne, wo ich gerade bin, so ein bisschen gestaut haben. Okay. Ja, wenn die da rumklopfen, das stört mich ehrlich gesagt wenig. Ja, und ich werde einen Teufel tun, die da irgendwie versuchen zu stören bei ihrem Handwerk. Da. Und ich hoffe, dass der uns bald ruft, der Boss. Da kommen wieder Diebe. Also das ist doch wieder ein Fehler, dass die jetzt sichtbar sind, weil noch haben die ja gar kein Gas abgekriegt, die Diebe. Und gleich erzählen sie mir wieder, sie können hier nicht mehr irgendwas erreichen. Dann werde ich sauer. Was nenne ich Multitasken? Tanzen und den Belagerungskessel auskippen. Gleichzeitig. Gott sei Dank sind die nicht allzu kräftig da, wenn sie nicht explodieren. Ja, ja. Sehr gut. Das war's. So, ich glaube, das haben wir sehr gut überstanden. Ja. Unsere Base hat überlebt. Zack, da sind sie weg. Das lässt sich reparieren. Es ist nichts kaputt gegangen. Also, klar, schon kaputt, aber ja. So, das war die Stufe 8. Wer bist du? Komm raus da. Äh, noch ein Träger. Naja. Im Notfall ist es Kanonenfutter, ne? Und wer bist du? Das ist eine Barkeeperin. Nee, du kommst nicht raus. So, ihr Lieben. Ich und mein Team, wir verabschieden uns für heute. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Bau der neuen Perch Base und wie sie funktioniert. Wir haben ganz, ganz wenige Verluste und die lassen sich problemlos ersetzen. Und es ist auch jetzt vom Materialaufwand nicht allzu dramatisch, warum man manchmal die Perch zulässt und manchmal nicht. Er schließt sich mir nicht, weil es hat erst mit Tür funktioniert, dann nicht mehr. Dann hat es ohne Tür nicht funktioniert und eben hat es geklappt. Und ja, also, keine Ahnung. Ich habe gedacht, vielleicht war der Berg der zerstörten Golems irgendwie zu hoch, dass sie meinten, sie konnten da nicht mehr rüberkommen oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.